Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge unserer Assassin's Creed Mirage Reihe. Heute gehen wir auf eine kleine Bücherreise, ein paar Bücher sammeln und wir kommen zu der großen Kuppel in der Mitte der Stadt. Zeit bleibt dran. Wir müssen da rein. Dann haben wir noch ein Poster wahrscheinlich, so ein Stickbrief. So, weg damit. Oh, aber warum? Achso, weil ich ja ins Innere komme. Ja gut. Ja, hier kommen wir auch nicht so schnell weiter. Oh. Das hat ja ein Krampf. Aber film, wichtig. Was will ich jetzt hier auch klettern? Hm. Mal hier ein bisschen was mitnehmen. Kletter, kletter, kletter. Wachen. Das ist keiner, aber wahrscheinlich direkt da hinten wieder drauf, ne? Hier. Hier nicht. Wieder rauf. Nein. Nein. Ach, Mann, nur. Und nochmal von vorne. So, jetzt ist mal hier wieder drauf. Da runterspringen ja welche oder dazwischen. Wo kann man hier dran? Klettern. Okay. Wo kann der hier nicht hochklettern? Ach, nicht da. An der Seite. Okay, das funktioniert nicht. Dann müssen wir da lang gehen. Und hier rüber? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Mal probieren. Na gut. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich hoch, ne? Hier steht hier einfach so eine Wand innen drin. Schwierig. Haben wir hier nirgendwo einfach rein geklettert? Mal sehen, dass wir hier ein paar Meter in Höhe gewinnen. Guck mal, hier kommt man doch drüber rein. So. Ich will nach... Ja, wobei, ich könnte auch nach hier gehen. Da bin ich... kürzer. Oder? Ja. Hier runterspringen. Hm. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, komm. Nervt mal nicht. Und dann sitzen hier wieder welche einfach auf dem Dach rum. Und davon aber nicht und so, ne? Ja, ja. Hundert. Meter. Neunzig. Sechzig. Mal kurz hier... Ah, hier... Ah, hier wieder von der Turm sein. Und hier hoch, würde ich mal sagen. Klar. Heute wieder... Nicht so einfach etwas klettern, oder was? Keine Lust. Oh, so. Ah, hopp. Gut, dann werfen wir das halt ein, ne? So. So, nee. Oh, hat sich heute auch wieder gelohnt. Aus. Ach, Junge. Jetzt... Jetzt gehst du ja rein, ne? Wenn du nicht rein sollst. Ach, bist du dumm. Wir schlagen wieder auch nicht. Ah, jetzt. So, guck mal. Geht doch ganz einfach. Oh, 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 oh. So, was haben wir jetzt hier entdeckt, ne? Hier, den. Oh, so ein Artefakt für Davi-Schulen. Set 200 Meter. Ich muss hier mal kurz hinlaufen. Da hat eh nichts... ...zutun ist. Stützpunkt. Das hier? Oh. Tatsächlich. Noch eine Ausrüstungstruhe. Wo gefannst du mir? Ja, auch nicht gelohnt. Hm, Goldregen. Hier, den. Hier, den. Hier, den. Ja, was haben wir noch? Hm. Was ist denn, gehen wir jetzt hier runter? Einfach mal ein paar Gefäße kaputt machen. Ach so, hier sind auch immer irgendwie alle drauf oder raus? Hm, zack, zack, zack. Ich muss eigentlich mal nach einem... ...nach einem neuen Schwert Ausschau halten. Eben, das mit mehr... ...wumms. Hier rein. Ach, da oben ist auch die... ...komische Festung, ne? Toll, für so einen... ...so einen Wurks habe ich einfach wieder zwei... ...Fahndungslevel gekriegt, ey. Wir müssen ja auch eigentlich mal zu so einen... ...zu so einen Händler. Uah. Dann kann ich hier vorbeigehen und nach darüber... Oh, noch eine Händler-Gefallensmünze. Nicht schlecht. Immer noch gerne mit. Hier vorne müsste jetzt gleich eigentlich noch... ...es Fahndungsbild sein. Hier. So. Das haben wir auch. Ach, das ist hier, ne? Aber... ...wann er jetzt hochklettern will. ...was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Aber warum nicht, wenn man ja gerade hier ist, ne? Oh, du, 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 du. Hopp. Hallo, plattet doch da hoch. Genau. So, wo soll er jetzt hier sein? So, müssen wir mitnehmen. Oh. Na gut, ne? Irgendwie runter? Na, geht doch. Das geht doch. Hopp. Hopp. Ausweg. So, wie weit? 140 Meter. Oh, Rubin. 60 Meter, naja, dürfte er hier sein. Bisschen Höhe gewinnen. Ja, da vorne. Na gut, hier können wir wieder runter. So. So, wo kommt man hier hoch? Ja, eigentlich, ne? Hopp, hopp, hopp. Jo, 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 hier. Und hier rüber. Hier kann man auch... Hier kann man auch nicht rein. Weil das Ding zwar... Also, hier kommt man rein, aber das andere ist gerade zu, ne? Mal gucken. Suche, ja, oh, nicht. Wer hier gerade genug von erbeutet. Per Taschendiebstahl. Ach, Manu. Welche Aussicht, welche Aussicht. Ja, gut, hier, das alles, ne? Aber was bringt mir das? Was bringt mir das? Was haben wir da? Was haben wir da? Ah. Ja, genau. Ich wollte noch zu so einem... ...Hindler eigentlich. Irgendwo ein. Oh, war ich mute. Haha. Äh. Was? Äh, wo? 50 Meter. Ungefähr. Weiß, müsst ihr hinter sein, ne? Ja, hier sind so ein Dings hier. 20 Meter. Das haben wir auch. Na, hier gibt einiges zu holen. Jetzt wollen wir mal zu diesem Kartenmacher. Guck mal. Einiges. Wer wolltet? Wer wolltet? Ist ja gut bezahlt. Gut bezahlt ist das hier. So, 100 Meter. Ja. Müssen wir zu essen mitnehmen. Wo ist denn hier der Kartenmacher da, ja? So. Ah, hier auch noch mal mitnehmen. Was hast du da? So, mal her, ja. Du wirst fasziniert sein, dass ich... Ja, oder, klar, oder? Hm, hm. Münzen. Oh, 14 habe ich davon. Schnelle Ausrüstungstruhe, Rätsel. Verlorene Bücher, ne? In allen Schriftrollen gibt es immer viel zu entdecken. Hm. Ich glaube, ich hole alles erst mal von den Büchern. Ich dürfte nachwissen, ja? Auf jedes Buch einzeln, ne? Hm. Ja, ich glaube, das reicht dann erst mal so Rätsel und Truhen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das war's für heute. Ich muss gehen. Nee, jetzt wäre aber nicht gierig, Mann. Ich habe dir... Wollt nicht was abgekauft hier. Ist das jetzt irgendwo ein Händler? Händler, Händler. Ich muss zu einem Händler. Und auch Rubin. Ja, schön. Ihhh. Nein, fährt nicht. Naja. Hm, 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 hm. Dö, 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 dö. Schmiede, da könnte ich hin. Ist ein bisschen weit, ne? Aber nicht nur irgendwo. Eine andere Schmiede. Und wo sind eigentlich die Bücher, die ich hier gerade... ...die ich hier gerade freigeschaltet habe? Ich könnte hier hin. Dann könnte ich hier zu Schmiede, zu Davishas abgeben. Hm. So, die Schmiede. Hüpp. Äh, da doch. Ah, Pula. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dir meine Auslage an. Hm. Ich kann deine Klinge verbessern. Mehr Schaden, mehr Verteidigung. Joa. Achso, die könnte ich auch noch aufwerten, ne? Wer hätte hier ja schon... Achso. Die kommen nochmal oben drauf, oder? Das ist aber auch nicht schlecht. Das ist aber auch. Ja, komm, machen wir das hier. Vielen Dank. Mhm. Ja, gut, ne? Was soll man hier machen? Vielleicht sollte er mal neu geschliffen werden. Das ist ja schon... ...Gold. Da habe ich hier nochmal... Wobei, ne? Hier, guck mal, hier könnte ich sogar noch mehr Schaden machen. Brauchst du etwas Spitzeres? Wobei jeder fünfte Treffer hat, bla bla bla. Aber oh, hier ist die Verteidigung auch nicht schlecht, ne? Siebenvierziger Verteidigung. Ich verstehe was von Klingen. Ey, gut, hier kommen wir auf 40 hoch. Plus 35 Schaden. Also wird man mehr Schaden machen? Wegen der Gesundheit. Was war da noch? Zeig. So, okay, das war's. War das erstmal alles? Na, sei nicht so gierig. Was haben wir hier noch? Ah, der Dings ist drüben, ne? Wolfsklettern. Hier, oder? Boah. Oh. Oh. Oh, was freut ihr hier von mir? Ich mache hier gar nichts und greife mich einfach an. Was ist das denn? Ist gut. So, hier. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt, Sayid. Was gibt es heute bei dir? Vieles ist frisch reingekommen. Oh, da? Ähm, hm, hm, hm. Äh. Wolfmesser. Machen wir voll. Hier verkaufen, Almplunder verkaufen. Genau. Genau so, das habe ich gesucht. Ist das alles? Hallo? So, jetzt müssen wir gucken, wo ist Davish. Beziehungsweise erst mal hier das Fahndungslevel weg. Wo ist der? Äh, Davish da hinten. Gerade durch. Ah, guck mal hier. So, weg damit. Und der Kawa. Ah, toll, hätte man davon auch durchgehen können. Ist der ja da. Hier. Ah, hier. Und? Da ist auch nichts Neues. Was haben wir noch? Hier fehlt aber außerdem eigentlich noch ein Artefakt. Ah, hier gibt es ein florianes Buch. Das müssen wir doch mal holen. Hier oben, ne? Ich will das irgendwie hier außerhalb kommen. Aha. Ja. Mhm, auch noch ein Aussichtspunkt. Die nehmen wir doch mit. Schnell hier hochge... ...oh jo, ok. Mhm. 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 Ja, aber... Ach so, das ist ja auch direkt hier neben. Aber das passt ja. Fast nebeneinander. Hinter. Und dahinter. So. Ach, unten drunter, ne? Mhm. Seh ich schon. Gucken wir jetzt kurz hier. Ah, heiliger Vater. Weiße mir den Weg. Worum trauerst du? Ah, für einen in meinem früheren Leben. Doch ich respekt einen Heiligen. Das sollte... Ja. Interessant. Ein... ...Mensch oder so gefunden. Ah, hier findet man das. Und... Putz. Oder auch nicht. Hm. Hm. Müssen wir ja hier wegziehen, ne? Oder so. Wahrscheinlich von der... In der Seite halt kaputt schlagen oder so, ne? Oder hier. Die kann man wahrscheinlich wegziehen. Dann kann man den anderen da durch, ne? Was haben wir eigentlich hier noch? Mal kurz gucken. Mal kurz gucken. Wir müssen nachher auch wegziehen. Ja. Hm. Oh, ne Hasenfote. Bis Glück. Ah, beim hier waren wir da. Hm. Immer nicht. Wo stockt es denn? Mal so. Ach, da geht nicht weg. Jetzt hab ich nach hier. Hier weg. Jetzt können wir auch nicht kaputt machen. Ja. Also, man kann es doch komplett ziehen. Oh. Ich dachte, das wäre da auch im Bund verkantet. Müssen wir mitnehmen. Ja. Ich guck mal wahrscheinlich hier raus, ne? Hier. Und da. Ja, und das Buch. Hm. Aber eins von zwei. Hm. Hier können wir rausklettern. Oh, guck mal. Oh. Guck mal. Ist das nächste Buch. Dafür bezahlt. Weil hier hab ich ja auch eben. Muss auch irgendwann sein. Ich auch für. Beim Kartenmacher. Hingeblättert. Irgendwie. Sieht man hier aber nicht so viel von. Oh, hier haben wir noch eine Scherbe. Können wir gleich machen. Weiß nix, oder? Hm. Hm. Gut. Hier unten ist ja der Schatz, ja. Aber sonst, wo soll ich hier noch? Da ist nur eine Ausrüstungstruhe. Check ich nicht. Hier soll irgendwo ein Buch sein. Aber wo soll es sein? Hier auf der Insel oder so? Hm. Was ist hier? Woher? Achso, es geht noch bis hier. Ah. Alles noch außerhalb hier ist. Wildnis. Aha. Irgendwo hier. Rätsel. Buch. Wann noch markieren. Machen wir erstmal kurz das, würde ich sagen. Da. 230 Meter. 150. Ach, die Wachen sind auch immer einfach komisch immer. Man macht nichts und die greifen dann trotzdem an. Also, das muss man nicht verstehen. Zumal man noch nicht mal ein Fahndungslevel hat. Ah, hier. Mal was essen. Hier ist dein Mitglied von Athiab. Hey! Der tut das! Noch eine Scherbe. Ah? 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 Ah! Hm? Was war das denn? So. Okay, da muss ich nichts mehr machen. Interessant. Meine Truhe. Schnell, die wieder weg. Sperrgebiet. Ach so, weil es wieder eine Mauer ist, oder was? Ach so. Ich bin schon wieder hier. Kann man auch die Truhe mitnehmen, ne? Wer schon mal hier ist. Soll nicht hier sein. Hier unten drinnen. Oh. Oh, dann wird klar. Checkt er das direkt wieder, ne? Ja. 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 Mich hältst du nicht zum Namen. Lange klagst du die Welt nicht mehr. Ja. Hm. Hm. Hier mal ein bisschen was speisen. Okay. Ja. Okay. Hier ein bisschen bewegen. Zwei. Zwei. Hier mal alles. Hm. Ja. 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 Hört sich nicht schlecht an. Schnell weg. Alles da oben. Wir haben schon wieder eine Mauer. Dün, 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 dün. Schleichen. Hier die Bogenschützen weg. Oh. Einiges zum mitnehmen. Die ist da hinten. Oh. Gut festgehalten. Der ist da gar nicht gecheckt, man. Ich könnte auch hier eigentlich die Messer wieder aufsammeln, oder? Ja. Dün, 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 dün. Wurfmesser. Und wenn hier das, das. Drüben. Ah. Hier so eine Festung, ne? Schlüssel holen. Oh. Ich bin hier. Oh. Also, jetzt können wir hier mal ein bisschen angucken. Droh verschlossen. Ah, dafür wollen wir den Schlüssel. Aber ist das auch das Buch? Nee. Droh ist ein Stockwerk tiefer. Er hat den Schlüssel. Ist noch einer. Ah, auf der Mauer. So juckt er keinen. Das juckt er keinen. So, er ist hier. Ich hoffe, wir noch was essen. Ist er. Vielleicht kommt hier der eine wieder an. Also, wenn er nicht kommt, mach ich hier weiter. So. Er ist mir hier raus. Nicht gut hier unten. Äh. Ja, ne? Äh. Was kommt denn? Boah, Junge, Junge. Das ist dann wieder ein komischer Kampf. Ich habe mehrmals eigentlich geblockt, aber... Oder ausgewichen, aber irgendwie. Naja. Jetzt das Buch. Oh, Fähigkeitspunkt, gucken wir uns auch nochmal an. Auch nicht schlecht eigentlich. Aber... Ja. Hm, was haben wir denn hier? Oh, das wäre auch nicht schlecht. Oh, hier brauchen wir wieder so viele Punkte für, ne? Na gut, machen wir mal. Erst dann danach brauchen wir... Wie fahren wir jetzt? Zwei noch, ne? Nie, einen. Da hast du ja vier für. Aber naja. So, ich hätte auch hier noch andere... Dings hier, Bücher. Punkte, aber... So durfte das hier nicht markiert werden direkt. Oh, nee, nee. Hier haben wir noch eine... Scherbe. War hier nicht was in der Nähe? Na gut, das wäre denn hier. Habe ich auch nicht synchronisiert. Boah. Hm. Soll ich hier fahren? Was auf dem Weg irgendwo? Nee, ne? Was so lang geht. Gut, man könnte hier... nach hier... nach hier... nach hier... ist auch nix, ne? Naja. Was soll's. Oh, ein Buch. Nach hier? Lohnes Buch. Oh, direkt da in der Mitte. Mhm. Hm. Da könnte man eigentlich auch... auch durch, ne? Ach, Junge. Diese Wachen, die sind so... Weiß nicht. So nervig einfach. Ja, er ist extra zum Hochklettern hier, oder nicht? Komisch. Also, wahrscheinlich muss man... oben reinklettern, ne? Lass deinen Blick schweifen. Ah, vielleicht von hier aus. Oh, da kann man hier irgendwie... springen. Das dürfte... Ach, Junge. Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Das ist dumm. Hier müssen wir rumlaufen. Wobei man damit umläuft, man ist eigentlich, ne? Hm. Hm, hier. Lass dir einen grünen Kuppel. Ist da einiges los. Boah, das... Doch. Wo ist das, ne? Hm. Das Buch ist da innen drin, ne? Müssen wir mal... Mal gucken. Ach, Junge, kletter doch hoch. Und weg. Oh, das Buch ist hier unten drunter, ne? Hm, hm, hm. Einiges ab. Ah, man muss über die Kuppeln da hoch, ne? Oder? Oder auch nicht. Du kannst nicht fliehen. Was hast du denn da? Elender Feigling. Ach, ist der ja. Bin ich da? Hm, hm, hm. Jetzt aber kurz hier hochklettern. Noch ein, noch ein. Ja, schön, genau so. Hm, hm. Irgendwann. Irgendwann. Die Aussicht über die ganze Stadt. Dann haben wir noch das Buch. Die, hm. Schöne Aussicht. Jetzt müssen wir noch das Buch holen. 20 Meter hier drunter, ja. Hopp, 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 hopp. Hm. Wollen wir das denn? Vielleicht aber noch ein... noch ein tiefer, ne? Ja, das wird noch ein tiefer sein. Ja, wahrscheinlich von hier aus rein. Ja, wir müssen noch ein tiefer sein. Hm, tschöferiert. Aber gut. Wahrscheinlich kann man von... ...der Aus... ...äh, raus, ne? Ja. 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 Das ist die Frage, die können mal rein. Wird es tatsächlich von oben bestimmt sein, ne? Bestimmt von hier oben rein klettern. Das muss hier doch irgendwo... ...ne Tür sein. Mal hier rumlaufen. Ja. Wenn es hier nirgends so reingehen würde, würden ja auch wahrscheinlich keine Waffen... äh... ...waffen... ...ä... ...keine Wachen hier rumlaufen, oder? Hm. 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 Was ist der Nächste? Ja. Hier kommen wir wahrscheinlich rein... ...oder? Ja. Ja. Eigentlich müssen wir wahrscheinlich hier mit aufspringen. Was soll man hier sonst reinkommen? Das kann sein, dass man noch nicht da rennen soll. So, du musst dafür erstmal leiden. Sonst würden die hier nicht so rumstehen, wie man die nicht dafür nehmen könnte wahrscheinlich. Sonst kommt man hier auch nicht rein. Gut, dann muss ich zum anderen. Der Link ist hier schon mal freigeschaltet. Also den Schnellreisepunkt. Oh, guck mal hier. Hier wieder rausgelaufen irgendwo. Oder? Das sieht gut aus. Hier hoch und da runter. Fachmännisch. Das ist schon hinten mit der... Das ist ja hier der Schnellreisepunkt schneller. Kürzer. Wie komme ich jetzt hier hochgesprungen? Hiermit? Guck mal. Guck mal, ist hier drin. Hopp. Hopp. So, da sind wir doch wieder. Hier durch. Ah, durch den Boden glitschen. Oh, weit durch die Wand. Okay, kommen wir auch so hoch. Ja. Auch ein offenes Fenster. Mal reinschauen. Da ist hier auf einmal zuerst im Turm drin. Warum auch nicht. Wo Doubsch bin. Wie viel... starting mal, allein hier. Sar criticize. Undil captive steht Schlüssel. Ah,略. Die war die Fracht. Lieber die générale. Abstatt fastestigkeit doing das Glas Racht. Die istinkiart. Äh, da haben wir hier gleich die Scherbe, das können wir leider nicht holen. Schuh, Pecken, wo ist die weg, 60 Meter, ist ja nix. Dann ist doch nix, noch mal ein paar Haschendiebstähler machen, diese Person sieht verdächtig aus, das seh ich mir mal an. Oh, da. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser, dank dieser Scherbe, werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Konter geht heute auch wieder nicht, ne? Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. Okay, dann kann ich das nächste Stück wieder machen. Gehen wir noch hier ein Dings hier entfernen. Hm. Ein... Was ist er denn? Ein Steckbrief. Bö. Ah, hier. Ja, weg. Ja, weg. Ja, weg. Wollen wir einfach mal hier hochklettern. Wird ja wohl gleich Ruhe sein. Können wir schon mal gucken. Hm. Ich weiß gar nicht, welche Bücher ich mittlerweile habe. Können wir die auch mal wegbringen. Ich nehme mal was in der Wildnis an Büchern. Ne, ich habe ich... Alle. Okay, Wildnis haben wir alle Bücher. Äh... Hier haben wir auch in Al-Kachk. Äh... Hier fehlt uns noch eins. Na gut, hier fehlt das, was innen drin ist. Hier fehlt uns auch noch eins. Mal gucken. Wir haben von diesen Kartenfritzen alle gekauft. Alle... Fundorte. Zieht Ruhe. Hier. Alorones Buch. Gut, hier ist ja wieder Wildnis. Ist hier oben. Die zählt auch noch zur Wildnis. Und wir finden ja nur noch... Das eine. Das zweite. Und hier eins, ne. Also jetzt gibt es noch drei. Ist hier schon was anderes? Ne, hier ist das. Okay. Dann findet ja hier noch irgendwo eins. Jetzt... Hier schon. Ne, das geht auch noch dazu. Ah, hier. Bücher, Bücher. Wo sind die Bücher? Ah, hier. Okay. Jetzt muss ich kurz warten, bis die... da nicht mehr suchen. Kann ich mehr suchen. Jetzt muss ich das Päuschen machen. Das andere ist... Beide da irgendwo. Oh, hä? Hm. 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 Ja, 40 Meter. Warte mal. Ne, hier drin ist das nicht. Dann brauche ich auch nicht reinklettern. Hier außen rum lieber. Hat man kein Theater? Hm. Vielleicht. Hm. Okay. 90 Meter. Ah. Vorne. Vielleicht mal ein bisschen sprinten. Hallo, der ist halt oben unten. 30. Bestimmt hier drin, oder? Ah, Tür verriegelt. Warte mal hier oben drauf. Ah, da kommen wir rein. Hätte doch jemand das Fenster offen gelassen. Hm. Was ist hier unten runter? Hierdurch kommt man dann nicht hin. Ah, wir müssen dann... Ah, wir müssen das hier aufwerfen am... ...treffen dann. Geht das kaputt? Und die Tür geht auf, ja. Aber... Seilshilfe offen sein, oder? Ja. Sehr schön. Da bist du ja. ganz weit hier. Oh. Ganz weit hier. Oh. Na gut. Hören wir auch noch auf. Auch wenn man jetzt hier nicht durch muss, aber... ... zur Sicherheit. 200 Meter. 200 Meter. Ist ja nicht was denn hier? Ja, ja. Oh, hier. Sternwarte. So. Das Buch gibt's da hinten. Hopp. Hopp. Schöner Parcours. Nach oben. Mhm. Wahrscheinlich... Mischen hoch. Hm. Jetzt wieder runter, oder was? Auch lustig. Junge. Ja. Das wär ja einfach als gedacht. Hm. Zu ihm hier... ...ab. Ist ja gleich drüben. Kann ich direkt drüber tragen. Dürfte dann eigentlich noch das eine Buch fehlen, was... ... bei der grünen Kuppel ist, ne? Ah, ich denke mal, das haben die wahrscheinlich extra so gemacht, dass man das letzte erst... ...kriegt, sobald man da reinkommt. Oder einen gewissen Fortschritt... ...hat. Gesamt Bücher 5 und 6. Hast du etwas für mich? Ha! Sehr gut! Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden? Bin ich hier? Okay. Okay. Ja, das war's wieder mit einer weiteren Folge unserer Assassin's Creed. Hier noch schreie. Heute mit der... ...den... ...der Sammlung der Bücher. Also... ...wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!